Egal wo man sich auf der Welt befindet, es ist eine ziemlich beeindruckende Sache, wenn sich so ein Dampfhuss auf einen zubewegt. Diese große japanische Lok hat zwar eine recht kleine Garnitur am Haken, dafür ist die umso bunter. Die Passagiere sind in bester Stimmung. Die Fahrt muss großes Vergnügen bereitet haben. Wir befinden uns in einer der bedeutendsten Städte der Hauptinsel Honshu, der alten Kaiserresidenz Kyoto. Hier gibt es zahllose Sehenswürdigkeiten und das größte Eisenbahnmuseum des Landes. Es liegt nahe Kyoto Station, dem Hauptbahnhof und heißt Umekoji Joki Kikansha-Kan. Die Anlage wurde 1914 von der Staatsbahn als Betriebsknotenpunkt an der Tokaido Hauptlinie gebaut. Heute ist das Gelände mit Original-Ringlokschuppen und Drehscheibe Zentrum für japanische Eisenbahngeschichte mit Schwerpunkt Dampf. Der stellvertretende Museumsdirektor weist uns stolz darauf hin, dass es in Japan zwar einige Eisenbahnmuseen gibt, aber keines mit so vielen einzigartigen Ausstellungsstücken wie hier in Kyoto. Die ältesten Loks sind Baujahr 1918, die jüngsten 1948. Alle kommen sie aus japanischen Lokomotivfabriken. Die Dampfzeit in Japan dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Damals war die Idee schon herangereift, sie für die Zukunft museal zu bewahren. 1972, zum 100-jährigen Jubiläum der japanischen Eisenbahn, wurde das Bahnbetriebswerk Omekoji seiner jetzigen Bestimmung übergeben. Sieben der 18 Personen- und Güterzugloks in Kyoto sind momentan betriebsfähig und im Plandienst oder vor Sonderzügen im ganzen Land eingesetzt. Die Japaner sind verrückt nach alten Eisenbahnen, ob jung oder alt. Sie sind verrückt nach der guten alten Zeit. So war das Museumsgebäude einst ein alter Bahnhof an der Kyoto-Linie. 1904, unterhalb der Burg Nijo gebaut, wurde er 1996 dort abgetragen und als historisches Zeugnis nach Omekoji umgesetzt. Kleinen Jungs geht hier einfach das Herz über. Überhaupt wird in der Ausstellung viel für den Nachwuchs getan. Dampflok zeigt zum Anfassen. Ein historisches Abenteuerland. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Auch großen Jungs geht das Herz über bei so viel Eisenbahn. In ihren Anfangszeiten, damals kam der Tenno, der Kaiser, aus der Dynastie der Meiji und das bis dahin abgeschlossene Inselreich öffnete sich zum Westen hin. Am Anfang also holte Japan sich Lokomotiven aus Europa und den USA. Mit zunehmender Industrialisierung baute man sie selbst. Kisha, Kawasaki, Hitachi oder Tateyama steht auf den Schildern der Dampfloks ab 1914. In der Vitrine ausgestellt, edles Messingdekor, das einst Wagen und Lok des Kaiserzuges schmückte. Mit wehenden Fahnen vor der Tenno durchs Land. Leider ist uns die von Hitachi gebaute Lok vom Typ C-59 nur als Foto vor die Kamera gekommen. Anscheinend ist heute Klassenausflug. Erstaunlich, wie viele Schulen und Kindergärten im Museum unterwegs sind. Einige Knirpse sind gerade dabei, ihre Begegnung mit den Dampfveteranen auf künstlerischem Weg zu verarbeiten. Sie sind Gameboy, MP3-Player und allenfalls den Shinkansen gewohnt. Dies hier ist eine ganz andere Welt. Irgendwann gibt es in Umekodji eine riesige Ausstellung. Der Bilderoutput geht täglich in die Hunderte. Alle Achtung! Die laute Lok mit der Bezeichnung D-51-200 ist Baujahr 1938, hat vier gekuppelte Achsen und gehört zur fahrenden Flotte der Japan Rail West. Die betriebsfähigen historischen Fahrzeuge werden hier im Gelände gewartet. Museum und Bahnbetriebswerk also in einem. Es liegt genau im Winkel zwischen der Regionalbahn nach Saganow und der Hauptlinie Osaka-Tokyo. Parallel dazu verläuft die Hochgeschwindigkeitsstrecke des Shinkansen. Das hat ja gerade noch gereicht. Wir sind in der Ausflugsregion Arashiyama. Dort, wo sich der gestresste Kyoto-Jin Erholung sucht und findet. Nach 15 Minuten Zugfahrt am westlichen Stadtrand ein Paradies mit Flüssen, Wäldern und Bergen. Sehr beliebt sind die Bootsfahrten auf dem Fluss Hossu, der sich durch die Arashiyama-Berge schlängelt. Normalerweise tummeln sich hier mehr Touristen als Flusskapitäne. Offensichtlich haben wir eine ruhige Stunde erwischt. Auch die unvermeidliche Schulklasse hat den Kahn schon verlassen. Markantes Fahrzeichen der Gegend ist die hölzerne Brücke, genannt Togetsu-Kyo. Der Name bedeutet Brücke über den Mond, der sich vermutlich nachts im Hossu spiegelt. Die Konstruktion geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Stilgerecht kann man sich darüber auch fahren lassen. Die Kaifuku Electric Railroad ist eine Straßenbahnlinie, die vom Bahnhof Arashiyama nach Kyoto hineinfährt. Am Bahnsteig ein zunächst gewohntes Bild. Dann ein etwas Überraschendes. Der Stationsvorsteher legt kleine Handtücher zusammen. Er betreibt, er denn nebenher etwa eine Wäscherei? Des Rätsels Lösung findet sich draußen bei einer Gruppe Reisender. Auf einem Bahnsteig befindet sich ein Ashiyu, eine Fußbadeeinrichtung, die gespeist wird von einer heißen Quelle zwischen den Gleisen. Für ein Paarien kann man sich dann ein Handtuch leihen, damit die Füße im Zug wieder trocken sind. Wir fahren mit der elektrischen auf der Arashiyama-Linie ins Stadtzentrum zurück. Wer es noch nicht weiß, alle Bahnen Japans sind schmalspurig, bis auf einige wenige kleine Strecken und das Netz des Shinkansen. Zwischenstopp an einer der zahlreichen Vorortsstationen. Das Gedränge ist jedes Mal groß. In Japan werden übrigens auch beim Aussteigen die Fahrkarten kontrolliert. Einzeltickets kommen gleich in den Schredder. Immer mehr Menschen steigen zu. Die Straßenbahn nähert sich dem Innenstadtgebiet. Langweilig ist die Fahrt keineswegs. Höchstens, wenn man sie jeden Tag machen muss. Und sch dessen kann man siehiden die Fahrt. många Untertitelung des ZDF für funk, 2017